so hallo liebe videofreunde das rotzmäschen läuft weil es ist schweinekalt und windig aber wir wollen heute unsere ttt einbauen weil morgen sind die wetterprognosen ganz schlecht also müssen wir heute durch michael erklärt euch jetzt mal zu den teilen etwas die wir dazugekauft haben und ich verschwinde mal schnell aus dem bild dass der chef räder halten kann na dann fangen wir mal an das wichtigste teil zur helft das honigtöpfchen das honigtöpfchen mit kurbel und wir wollten kurbel also wenn man drauf sitzt auf der rechten seite so wenn ihr das ding bestellt und wollt das auch so haben weil wenn man das schwenkt dann verschwindet diese kurbel sollte dann im fahrzeug verschwinden und du solltest in der lage sein deine duschtür zu machen wenn ihr das bestellt müsst ihr bestellen kurbel links weil die reden nicht jeder normale mensch steckt wenn er drauf sitzt ist gemeint rechts und links nein die reden davon wenn man davor steht und drauf guckt rechts und links also wir haben die jetzt bestellt links damit sie rechts auf der für uns gesehen auf der rechten seite ist nicht so einfach das ganze wir haben unsere platte mit der wir das ganze dann auf dem schwenkmechanismus festmachen und da war der daniel von wie heißt es denn seine seine wir verlinken das mal db faulski oder so der hat eine zeichnung dazu gemacht und die kann man sich von ihm zuschicken lassen für den obelus für die dieselkasse macht er das haben wir jetzt hier entweder selbst anfertigen wenn man das werkzeug dafür hat oder wir haben es anfertigen lassen bei uns beim tischle weil ich habe das werkzeug nicht und das ist eine siebträgerplatte nennt sich das das also verleimte sperrholz behandelt so dass es wasserfest ist und die oberfläche das ist beschichtet mit dem gleichen material mit dem die küchenarbeitsoberflächen beschichtet werden also das ist einwandfrei das hält und dann werden entsprechend löcher hier eingebohrt das ist alles auf dieser schablone drauf und dann werden die halte die habe ich jetzt schon mal festgestellt gemacht die gehören ja die kommen mit der toilette die habe ich schon mal fest gemacht um zu gucken ob das passt also das passt kein problem und dann 6 mm richtiger 6 mm schrauben reingedreht das ist eine saubere sache und wenn ihr das macht wenn ihr euch diese 6 mm schrauben holt achtet darauf dass die einen flachen kopf hier haben weil wenn der zu hoch kommt dann sitzt die toilette auf der schraube und nicht mehr auf der platte da sind so aussparungen drinnen wie für die dinge ja auch das reicht aber gerade so ja und dann werden wir das ding jetzt mal versuchen da einzubauen erzählst du noch was über das ganze zubehör was da unten liegt ja wir haben bei der dazu kommt bei der toilette hier der der so und da muss ich dann gucken wo ich da mein strom herkriege da haben wir noch extra kabel besorgt dass ich das verlegen kann außerdem haben wir uns auch da das gezeigt der schlauch kommt auch mit der trockentrenntoilette die waren jetzt der meinung dass der zu fest ist und zu schwer ich probiere den mal ich habe auch noch einen vom baumarkt so einen meter war der ist dünner aber ich versuche das mal mit dem und dann sind dann hier die anbauteile für den schlauch und alles was ich noch dazu kaufen musste was nicht mit kommt ist die abdeckung für außen für die klappe nachher die müsst ihr euch dann extra bestellen und ja der rest ist an sich an sich dabei ich werde das ding jetzt mal ausbauen und dann werden wir noch die verisolieren wir haben noch mal ein isolierband hier geholt und dann werden noch mal die also das hat jemand gefragt weil wenn ich die jetzt draußen habe die andere toilette werde ich versuchen um diese rohe mal zu isolieren wegen dieser extremen hitze die wir unten drin haben man hat jemand gefragt was ich da verwenden will ich habe mir vom baumarkt hier das nennt sich thermatape 50 mm breit also 5 cm breit ist ein thermaband und das werde ich um die rohre wickeln das wird es nicht komplett isolieren aber auf jeden fall hoffe ich dass es besser wird als es jetzt ist hilft ja unter meinem bett auch also von daher wird das klappt ich mache jetzt mal die toilette da drüben raus ich habe da schon angefangen mit aber ich kann euch das ja noch zeigen die verschiedenen schritte ist soweit alles ziemlich einfach komplizierte kommt erst noch das hört bei dem wetter und die finger frieren also let's go start in einbau der ttt by living and travel ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen angefangen aber ich erkläre euch das nochmal was ich gemacht habe also ganz klar den behälter raus und dann sieht das ja so ähnlich aus nur dass dieser schlauch hier der steckt natürlich hier oben durch dieses loch dann geht er hier oben entlang hier rüber an das ich nehme an das ist ein ventil und da ist er dann mit dran so wenn bei ihres und uwe die haben das gezeigt ich nehme an die sind sich hundertprozentig sicher dass sie nie wieder das ding hier einbauen wollen die sind dann einfach hergegangen haben hier oben ein stück raus gesägt dann kannst du den schlauch und die leitungen alle so ab machen ich wollte das jetzt vermeiden ich versuche es mal so das heißt ich habe den schlauch hier oben abgemacht und dann den anschluss hier raus gefriemelt schwierig also mit schraubenzieher und hebel und so weiter bestimmt 20 minuten gebraucht bis ich das ding ab hatte konnte es dann aber durchziehen und hoffe jetzt mal dass mir die elektroleitung kein strich durch die rechnung machen und ich das doch noch aufsehen muss ich würde es gerne vermeiden ich versuche das jetzt mal so dann haben wir hinten dran stecker den kann man auch schon mal abmachen da ist schon mal ein kabel aus dem weg und dann gucken wir jetzt mal jetzt sind hier vier schrauben mit diesen vier schrauben zwei sind hier zwei sind da drinnen eine hier eine da drüben die vier schrauben müssen raus aufheben weil die verwenden wir nachher wieder für die platte und jetzt muss das ganze ding geschwenkt werden nach innen damit man das hier von dem schwenkmechanismus runterheben kann und da habe ich gemerkt also das ist jetzt nicht so dass sie die einfach so abhebt sondern man muss schon mal ein bisschen robuster da dran gehen dass sie runter kommt aber geht ich schwenke die jetzt und baue die innen mal ab und hoffe dass mir die kabel wie gesagt hier kein strich durch die rechnung machen sondern dass ich das abkriege ohne das aufzusägen das wäre schön und das ist auch bei ihres uhr gezeigt die haben ihren blindstopfen reingedreht gedreht ich glaube es ist größe 24 das ist also kein zoll das ist scheinbar metrisch weil ich habe ich dachte das wäre ein zoll aber ne 24 scheint zu sein 24 millimeter so ein stopfen habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt jetzt haben da auch welche geschrieben naja dann steht das wasser in der leitung legionell und so weiter und man soll den schlauch doch ganz ab machen jetzt muss ich erst mal gucken wo man den ganz ab machen kann falls überhaupt und dann schauen wir mal weiter wenn ich besorge ich jetzt und so ein stopfen würde ich schon ja wenn der dann wirklich da drinnen verkeimt ja mal gucken mal naja dann schauen wir mal da sind ja eh noch so zwei schellen mit dran aber das sieht man alles alles das muss jetzt nicht extra gezeigt werden das sieht man dann da ist das ding ab ich gehe jetzt mal rein mach die macht so jetzt sind wir hier so weit dass wir das ding mal drehen können und dann hoffe ich wie gesagt dass ich das ohne die kabel sich verheddern rauskriegen kann mal gucken mal hoffen mal das beste also ich habe jetzt diesen stecker wie gesagt abgemacht da drin ist jetzt noch dieser kabelbaum und jetzt kann man hergehen kann die ganze toilette natürlich auseinander nehmen aber ich mache das jetzt auch wie bei iris und uwe ich schneide den jetzt durch habe allerdings nur ein rotes kabel braucht da nichts zu markieren die hatten zwei rote kabel von dem stecker hier noch und drei schwarze habe ich allerdings so die muss ich dann jetzt markieren damit ich weiß falls ich es wieder zusammenbauen will welche schwarze kabel ich nehme an es ist alles masse aber um sicher zu sein dass ich genau die gleichen kabel wieder zusammen machen ich die jetzt ich habe jetzt hier mal geguckt an dem stecker hier habe ich 12 volt aus irgendeinem grund ist hier die farbgebung lila und grün statt rot und schwarz die lila ist der strom grün ist die masse ich habe hier 12 volt die über den hauptschalter gehen das heißt wenn ich den hauptschalter ausmache ist hier nichts mehr wunderbar da brauche ich nur kabelschuhe dran machen dann kann ich an meinen stecker gehen oder an meinen schalter für den sog nachher und hier hole ich mir auch die masse dann für den schalter und für den lüfter selbst also das ist schon mal gut und jetzt mache ich das ding mal raus da innen da werde ich jetzt wie gesagt die kabel durchschneiden ist zwar nicht schön aber ich mache jetzt erstmal eine markierung hin und dann schneiden wir das durch so also ich bin jetzt soweit diese kabel durchzukneifen wie man sieht der kabelbaum läuft hier entlang geht dann in die toilette also wenn man man kann das auch alles auseinander nehmen und dann abmachen aber das ist mir auch zu viel arbeiten ich mache das auch wie bei ihres und ob ich knall das ding durch und gut ist und falls wir das wieder einbauen wollen dann mache ich verbinder rein das ist also alles nicht schlimm geht jetzt ruck zuck und an dem kabelbaum ist nur eins zu beachten das sind drei schwarze kabel und damit ich zum später mal weiß falls ich es wieder einbauen will was wohin gehört habe ich um ein schwarzes kabel graus isolierband gewickelt um das zweite schwarze und dann das dritte gar nichts und dann weiß ich welches kabel zu welchem gehört und das knall ich jetzt durch und dann kommt das ding raus hier zeige ich euch kurz den kabelbaum den ich meine den knall ich jetzt durch und dann müsste ich die toilette hier rauskriegen das war's hier kommt so das ende der tapfer toilette ist besiegelt naja da ist das gute stück also hier ist dann noch eins wenn man die halter einbaut dann hat man sieben bohrungen mit diesen gewinde einsetzen und die achte hat kein das ist dann gleichzeitig für die schraube hier die geht einfach durch so michael isoliert jetzt die rohre in der toilette und ich gehe mit dem hund spazieren schnell so also jetzt anfangen wollte mit der isolierung habe ich gerade mal gesehen wo diese leitung für die spülung hier oben und das werde ich jetzt mal versuchen ob ich das auseinanderkriege wollte das wäre schön dann hole ich mir einfach einen neuen verbinder ohne abgang und dann werden wir alle sorgenlos mal gucken ob das klappt ich will euch jetzt mal zeigen wie ein jung gebliebener anfang 60 jähriger sportlich agiler mensch in einem wohnmobil liegen kann wenn du noch ein bisschen machst legst du dich hier hin ja aber ich würde da gar nicht reinpassen ja rein schon aber ich könnte mich nicht bewegen ja viel platz ist nicht also das muss man einfach mal so sagen so jetzt bin ich jetzt soweit fertig mal einen kurzen blick also ich habe das jetzt mit diesem thermoflexband diese umwickelt und ja ich hoffe dass das was bringt dass wir nicht mehr die affenhitze hinten drin haben wir werden es mal sehen das ist eine gute stunde arbeit würde ich mal sagen und diese flexbänder gibt es zehn meterweise zu kaufen und ich habe anderthalb davon gebraucht also 15 meter ungefähr jetzt hier mit einer rolle kommst du meiner an sich nach nicht hin